Die Sonne erhält diese Welt, verdanken wir die Gunst, und wer ist es, der uns erhält? Die Häuser stehen gedrungen zusammen, mein Auge erreicht kaum etwas Frohes, und doch schlagen im Herzen mir die Flammen, wo kann ich erlangen etwas Hohes? Mein Denken will sich in Worte kleiden, doch stößt es im Moment auf Widerstand, möchte sich aufschwingen in den Reigen, doch sieht es manchmal vor einer Wand. Das Denken und Wehen in unserem Herzen, möchte oft durchbrechen, alles mitmacht, doch das können wir oft nicht verschmerzen, das macht es an Zwang und nicht erdacht. Zum Wachsen und Werden in Freiheit, lasst binden unsere Herzen in Einheit, lasst freuen uns an der bunten Welt, wir haben alles etwas in uns, was fördert, das edle und lässt werden umher. Januar 1938 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 Januar 19 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 Bis zum nächsten Mal.